Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jason Collier, ich bin der neue Richtschütze. Panzerschule? Dein Zuhause. Ich hab noch nie einen Panzer von innen gesehen. Das wirst du. Erst hab ich Deutsche in Afrika getötet, jetzt töte ich Deutsche in Deutschland. Ich begleite diese Gentlemen seit Jahren. Wenn Sie die Truppen nicht aufhalten, sind wir alle am Arsch. Sie sind alles, was wir haben. Ich verlange von dir nichts, was ich nicht selbst gemacht hab. Komm, Jack. Gordo, Jack. Brady, Jack. Komm, Jack. Komm, Jack. Achtung! Feuer! Hör da! Schieß die Dreckensau an! Schieß! Mach deinen Job! Tu, wozu du hier bist! Ideale sind friedlich. Geschichte ist gewalttätig. Warte nur, bis du's siehst. Was siehst? Was Menschen einander antun. Ich hab Angst. Ich hab auch Angst. Er geht zu Ende. Bald. Aber bis es soweit ist, müssen noch sehr viel mehr Menschen sterben. Immerhin kriegen wir 1,35 Dollar pro Tag, richtig? Der beste Job, den ich je hatte. Der beste Job, den ich je hatte. Der beste Job, den ich je hatte. Sie kommen. Wie viele? Es sind 300. Es sind 5 gegen 300. Wir sind noch nie weggelaufen. Warum dann jetzt? Noch kämpfen wir! Noch kämpfen wir! Jetzt! Jetzt! Untertitelung des ZDF, 2020